hallo und herzlich willkommen zurück zu long drive ja ganz recht wir sind hier vor dieser drecks hütte aber das war mein letzter schuss man mal auf wieso legt er denn die scheiße nicht weg jetzt die tür anmachen du penner so mir hat jemand gesagt dass ich er glaubt dass ich ein mofa oder so ein motorrad motor habe kann gut sein also ehrlich gesagt ich habe keine ahnung so wir gehen jetzt da rein am helllichen tag ist das einfacher wer wohnt denn da graf dracula oder graf dracula ich mag das habe ich ja nie gesehen was das noch ein hänger ich muss nur gerade kurz ist das nicht besser wenn ich jetzt auf der seite sitzt man alter das ist von spiel zu spiel anders es kotzt mir dermaßen an kicken wir da ist ein loch in der wand alter jetzt runter legt mir am arsch ich habe ja kein bock auf so keller kacke hier haben wir was das denn mann älter hör auf zu schießen du kack kack bratze die scheiße bist du fehler zu skeletten oder was sag und wieder hoch ey guck mal hier wartet ist das viel verreckt oder was ist denn das hier alles für scheiße da drin wer bist denn du wer bist du wer bist du alter was für die hölle wartet zeig ich mir deine fresse alter widerlich er hat viele schuss gebraucht ne er hat sehr viel schuss gebraucht das ist irgendwie beunruhigend immer her die scheiße ich will es trinken und weg ich brauche fressen ey wirklich weg sehr beunruhigend der typ dass er so viel ausgehalten hat das ist ja ist da noch was die immer als ich sag mal her ich sauf mich voll mit der scheiße er hätte ding na ne einen was ist mit dem roller hier geht ist das ding Nee. Geh mal. Leer. Ah ja. Also rein theoretisch. Mach doch mal zu die Scheiße wieder. Geht nicht? Achso doch, falsche Taste hier drückt. Na dann spring mal ab. Stell auf, Mann. Alter, muss ich... So. Muss aufpassen, wa? Wegen... Was ist denn da? Ist da drinne? Scheiße. Muss aufpassen, nicht dass hier einer kommt, ne? Ist das ein Karkeimer? Was war das? Leute! Hört auf! Mann, lad nach! Scheiß Ding nervt langsam hier. Cool. Warum sind die überall Geräusche, wa? Das ist doch voll belastend. Das ist doch voll belastend. Pfff. Was war das? Was war das? Du bist doch wohl, was war das? Was war das Schmauber? Ja, das ist doch doch mal. Gボht. Gah! Garg. Das ist doch halt, Gah! Töch. hey leck mich ja mal sorry dass ich ruhig bin aber Wasserwahl was ist das Revolver Money die nehmen wir mit ich habe ein bisschen Angst vor dem Zombie da oder was auch immer das ist aber der bleibt liegen ne ja ich weiß ihr wollt dass ich da vorne nochmal rein hier und in den Keller und jetzt ist da auch noch so ein beschissener Hase okay können wir die wurscht die schwemme mit drin legen ja was ist das denn das ist nicht euer ernst ich muss mir richtig trommeln hier okay ich hoffe es funktioniert wir gehen jetzt mit Revolver da wieder rein ich bestehe auf mein Stuff goddammit immer mit der Ruhe da liegt ein Bein alter ups da ist nichts drinne Sittchen Schlitten oder da ist wirklich ein Schlitten ne lass doch los Junge Schlitten der in der Wand hängt ich habe Hunger kann ich das essen Ups alter die Stimme wirklich die Stimme ist echt beunruhigend von den Leuten ne kann ich ihn essen ne ne sind voll ne ist das Fleisch oder was ich denke mal das ist besser ne als das Croissant was mich sehr unruhigt das hat mal fallen da da ist nichts mehr also nehmen wir das und das Schokolade oder was Mann alter was ist denn warum isst man denn ach hier war ich okay das ist denn hier Kackhaus oder was wie war denn geschissen hier die gleichen Dreckschweine denn hier wird nur noch oben und den Keller ne okay wirklich springen wir da scheisse weil der da nicht schafft die Treppe hochziehen stirbte penner kein Klee aus dem Fenster springen wenn was ist ja der Revolver ist stark aber ich habe nur noch zwei Schuss ja wo bin ich hier ne sich zu bewegen was sind das für eklige Typen jetzt sind kannibalen alter alle allesamt kannibalen du Jensei ich habe ja kein Bock in den Keller zu gehen vor allem da die Sonne hinten runter geht tot man ne man ich gehe doch nicht in den Keller wenn es dunkel wird Leute das könnt ihr gerne selber machen ich würde jetzt ganz ehrlich gerne weiterfahren zeigen jetzt hier alles so hier sind Stücke Fleisch pflanze ich da mal rein wenn man noch nichts haben wir hier irgendwas wir hauen hier ab Leute tut mir leid wir hauen ab ich will das nicht wir finden auch andere Sachen ich sag euch wie es ist die sind unheimlich man wer hat das Spiel wer kommt auf so ne Idee ja jetzt ehrlich Alter die Hasen die machen ja schon beschissene Geräusche aber die machen wir zu hier proben wir nein Junge pass auf kick ein bisschen auf die Straße zu das Fenster Junge 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 da ist ja auch ein bisschen offen mach zu da oh man Gott sei Dank sind wir weg Jesus Christ wir brauchen noch einen anderen Motor ey das könnte sein dass das wirklich von so einem Motorroller oder so ne scheiße Motor ist dass das ja kein Auto Motor äh Auto Motor ist verdammte Kacke das war unheimlich egal ob Tag oder Nacht vor allem wenn du diese Mechanik hast mit dem Nachladen zock Nachladen Patrone Einzel alle drinnen wieder zumachen die Trommel hast du das gesehen bei dem anderen dann musst du jedes Mal ziehen drin wieder hoch machen und wenn der nicht richtig hoch macht kannst du nicht feuern da kackst du deine Hose wenn du irgendwo festhängst rückwärts so wiegt da eine Felsen was ist denn das was ist denn das vor allem warum bewegt sich das hä Leute was ist das was war das krass wäre auch wenn man in den Spiegel guckt und dann da auf einer auf einmal einer ist oder uns einer verfolgt oh oh er verliert hier an Leistung mal weiter Stuff hier Junge toll jetzt trau ich mir auch nicht mehr hier in den Rückspiegel zu kicken Scheiße bleib auf der Straße Junge Hey 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 Ich wollt trotzdem gern wissen was das rote war haben wir hier noch mehr davon ne wa und vor allem warum fah ich hier ganz alleine wa hier ist keine Sau On the roll again Hänger ist noch da. Da habe ich Sprit und Wasser, wa? Kuck mal, ich mache Fernlicht dann. Ganz einfach. Dann sehe ich wenigstens wat. Ihr könnt mal nicht verarschen. Was ist das denn? Ach, das war das Radio. Wenigstens halt ein Duftbaum im Auto, ey. Jot sei es, ihr dankt. Ey, ja, hier kommt auch weit und breit nischt, ne? 46 Kilometer, oder was sind wir grad mal gefahren? Kann ja nicht sein. So wenig erst. Stimmt doch wat nicht. Uah, uah. Der fährt so scheiße langsam. Ich habe den falschen Motor drin. Hundertprozentig. Mann, und ich fahre hier mit so einer Dreckhull, ey. Er wird immer langsamer, hab ich das Gefühl. Also zumindest hört er sich so an. Er hört sich an, als wenn er jeden Augenblick abkackt. Mann, hier gibt's Daffkeule. Wir müssen kicken, wo wir bleiben. Ich hoffe, wir finden... Auf jeden Fall sind wir erst mal vollgefressen und vollgesoffen gewesen. Diese scheiß Hasen, wa? Guck mal, da oben kommt der Mond, alter. Der Mond, der ins Ghetto kracht. Pff. 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 Ich weiß nicht, ob das Spiel so beunruhigend wirken soll und so, aber diese Atmosphäre da, die ganze Zeit alleine on the road und dann das hier Pfeife von die Dreckshasen da und hier irgendwelche Kannibalen. Also ich verstehe das nicht. Vor allem the long drive. Ja, wohin? Wo dribben wir so long hin? Ja, Fragen über Fragen beunruhigend alles. Jetzt nimmt da ein bisschen Speed auf. Jetzt kommen wir auch mal... Oh, scheiße, ein Stein. Weicht dem Stein aus, du Penner. Warum ist denn der jetzt auf einmal so schnell? Erklärt mir das doch mal einer. Wieso ist der jetzt so schnell, der Affe? Überhitzt er doch gleich wieder. Kann der der Motor ja auch nicht. Mofa-Roller, Alter. Hier, Mofa-Motor. Das Ding fährt da eigentlich nur 30. Und wir holen jetzt hier 100 aus dem raus. Na, okay. Und schon wieder runter. Ja, komm. Komm, fahr wieder in den gemütlichen 60. Also gut gemacht, mein Kleiner. Da hinten ist wieder der rote Punkt. Was ist denn? Ein gelber? Was ist das? Sind das Aliens oder was? Was soll es sein? Kann nicht die Sonne sein. Da ist doch der Monduntergang. Dann müsste doch da hinten irgendwo die Sonne kommen. Da ist auch ein roter Punkt da hinter mir. Da hinten. Da ist noch einer. Hier stimmt doch was nicht. Wo kommen denn die roten Punkte her? Gelb und rot. Warum? Ich blick da nicht durch. Haben die irgendeine Bewandtnis? Ist das irgendwie was speziell? Haben wir Gerdon? Alter, hier. Wir fahren schon eine Weile jetzt, ne? Und hier ist nichts. Nada, Alter. Da wären wir ganz angenehm neuer Motor. Einfach Öl umkippen, Benzin umkippen. ULS, ne? Ja, jetzt komm, Yolanda. Jetzt fahren wir hier wieder unsere 100. Zack. Alter, 120. Da fängt das Ding doch gleich wieder an zu glühen. Hier hinter uns zieht die Sonne auf. Sag ich doch. Scheißdreck. Und ich muss hier wieder das Ding unter Kontrolle kriegen. Fühl mich wie bei Mad Max hier, ey. Zack. Stein. Pass auf. Stein. Warum ist denn da ein Schweif? Oder ist das eine optische Täuschung? Ist das ein Schweif? Ist das ein Komet gewesen oder was? Mensch. Reißt du ja am Riemen, Keule. Stein. Da ist wieder ein Stein. Oh, das Licht aus. Lassen wir das kleine Licht noch an. Nee. Wollen wir mal. Abländlicht? Weiß ich nicht. Alter. Stein. Schon wieder ein Stein. Oh, jetzt pfeifen wir aber ab, Alter. Müssen wir aufpassen. Runter vom Jass. Ah, wir brauchen nur Rollern. Guck mal. 150 kmh. Scheiße. Ruhe bleiben. Keule, ruhe bleiben. Alter, wir sind bei 160. Und ich gebe kein Jass mehr. Scheiße. Nicht zu viel Längen, Keule. All die Karre, ruhe. Oh, scheiße. Das wird immer schneller. Scheiße. I'm out of control. Help. Alter, wo fetzen wir hier hin? Houston. Out of control. Help. Scheiße, der lässt sich auch ja nicht mehr beruhigen, der Wain. Scheiße. Beruhig dich da wieder, Junge. Langsam runter. Langsam. Nein. Nein. Versucht die Karre unter Kontrolle zu kriegen. Ach ja, ich habe jetzt noch einen Hut aufhabe. Ist noch alles da? Jörg sei dank, ey. Jörg sei dank. Aber ich verhessen, guck mal da oben. Ich bin Indiana Jones. Yo. Yo. Was ist das denn? Halt an, Junge! Alter, Finne! Kriegt die Karre in den Griff. Alter. Ist hier idealisch, ne? Der Wagen ist so scheiße schwach, der Motor. Ich versuche mal hier so ein bisschen rumzudrehen. Dann müssen wir da wieder hinkommen zur Tanke, oder was das war. Wieso steht denn hier so eine kleine Pisssäule? Nun, guck mal. Kick mal in der Kick. Junge. Ich gönne der Karre bloß mal ein bisschen Ruhe. Na, was haben wir denn hier? Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Ach, verpiss er damit. Gebe hoch die Karre. Na. Komm, aufstellen. So. Gebe her. Zack, angebaut. Hm. Nischt. Öl. Ja, warum flimmert denn das so grün? Ah Guck mal, einer, guck Was ist denn das da? Ah, okay Was ist denn mit dem Revolver? Ah, guck mal So So Jetzt, ähm Genau Wir machen jetzt mal das hier wer Guck mal, die Munition Lege ich mal da drin, Keule Genau So, jetzt nehmen wir das hier wer So Hoch da drin Was haben wir denn hier noch? Öh Nehmen wir mit Auf jeden Fall Auf Ration, ne? Autsch Zack Ordentlich Was haben wir denn da? Eins, drei Guck mal Dann können wir doch eigentlich Mal weg hier Du hältst dein Maul Das ist fünf Warum habe ich das nicht gleich umgefüllt? Aber gut Wir können ja rein theoretisch Trotzdem behalten Mann, was will denn dieser beschissene Hase wieder? Komm Komm doch mal rinder jetzt Du Alter Was hast du denn jetzt für den Deckel geöffnet? Achso Der ist wieder zu Benzin? Wieso ist da Benzin drinne? Mann, halt den Der will was von mir, ne? Er Verpiss dich So Da ist Öl drinne Da komm mal ein bisschen ran hier zu mir Du Das wird nichts hier mit der Scheiße So Voll So Den können wir eigentlich Da mal so mitbunkern Und Leer nebenstellen Zack Den Kanister nehmen wir auch mit Na Komm Zack Ordentlich Bam 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 Der kann wegbleiben Gut Dann haben wir jetzt hier 8,3 Liter Benzin Der Ding ist leer Da ist ja doch noch was drin 3 Liter voll Wie sieht's denn hier vorne aus? Öl Oh, ist nur gut Wasser ist auch gut Was sagt Sprit? Auch gut Wir können weiter Obwohl der Kanister Was war da drin? Was ist in dem Kanister? Brauchen wir einen Eimer? Da ist auch Benzin drin, Leute Da ist Benzin drin, ey So Nicht, nicht, nicht die Scheiße nehmen Fit hier nehmen Damit der Kanister da Ordentlich Abgestellt werden kann So Schön Ne Wurde ich sagen Wir haben alle Drinnen Hinten Ja, ja, ja So Wir brauchen aber dringend Einen Neuen Mode Einen Neuen Mode Er kachelt hier Aber ich glaube Ich bin Aber er scheint nicht viel zu verbrauchen Ich bretter hier schon eine Weile Wir haben den voll gemacht Beim letzten Mal 47 Liter sind da noch drin Gut Ah, wir brauchen stärkeren Motor Aber wir haben auch noch gar kein anderes Auto gefunden Außer dieses völlig zerlegte Kack-Ding da Bei, ähm Ne, jetzt sag schon Oh scheiße, bei Dracula da Bei den Kannibalen Kriegt den Wagen wieder nie ohne Grundrolle Warum sitzt denn der Penner jetzt eigentlich so hoch So, mit Karacho da hoch Kann euch sehen, Mann Guck mal her Oh, Alter Guck mal Der hängt durch die Scheiße Alter Gott sei Dank Hängt das alles da hinten drinne Um allerfeinsten Warum hängt der Banause so hoch? Mein Auto ist schon wieder am überhitzen, ne? Kacke Mal gucken, ob ich jetzt noch was finde irgendwie Wo wir mal halten können On the road again Sehr gut Gehen wir ein bisschen vom Jass Hilfe Jetzt hör mal ein bisschen tiefer, Junge Ah Das Ah Ist das schwer Die Karre unter Kontrolle zu halten Wenn der Speed aufnimmt Das Ding wird mir sowieso abfackeln Das zeig ich euch gleich Guck mal, merkt ihr wie immer angespannt er ist? Muss ich mir ein bisschen lässiger hier hinsetzen, ne? Ist ja noch alles da, ja Unsere Kanister Kanister kann man nie hin hochbauen Vielleicht finden wir irgendwo eine Tanke Eine richtige Vielleicht hätten wir bei der Säule da auch schon ein bisschen mehr abzappen können Ich hab schon wieder Hunger, Alter Diebseuer, Anni Dadurch verliere ich Energie, ne? Und wir halten mal hier an So Zack Zack Mal gucken Hä? Wo haben wir denn das Ding her? Cool Wo bist du? So Mal gucken Ist das Menschenfleisch? Hä? Ich kann das gar nicht essen Hä? Wieso kann ich das nicht essen? Ich hab hier ne Ahnung Ich kann es nicht essen, ne? Was ist das denn? Kann ich es anheften? Okay Ich will es eigentlich nur essen Na gut Ähm Was ist das denn? Achso Das hat so geglänzt davon Da rollt mir ne Scheiße davon dann Und die nächste Und die nächste Mann Leute Oh einmal hier noch Komm Ne Ne geht nicht Kann ich jetzt was essen eigentlich? Vielleicht war mein Darm voll Wow Okay Es ist äh Gleich gut voll gegangen Ich denke mal Das Menschenfleisch Hat mir gut geholfen Gut Leute Also Wir beenden die Folge hier Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Ich hoffe es hat euch unterhalten Also ich hoffe ich hab euch unterhalten So wie immer Und ähm Also Bis dann Haut da rein Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut da rein Ciao Weil jetzt